servus liebe bold of warcraft freunde tag 12 des geheimnisses von arzeroth events ist am start sorry dass das video heute ein bisschen später kommt ich hatte gestern heute keinerlei zeit dafür und deswegen wir legen direkt los ihr müsst zu bobby carlyle der gibt euch die quest sie hören immer zu die nehmt ihr an und danach müsst ihr wieder zurück zu claudia dem legendary npc der mit diesem event ins spiel kam das event ist tatsächlich übermorgen vorbei heißt ihr könnt zwar immer noch alle hinweise nachholen ich würde euch aber empfehlen damit mal langsam anzufangen wenn ihr es noch nicht gemacht habt sonst wird es etwas knapp so jetzt bekommt ihr hier eine liste mit sehenswürdigkeiten die man aus völlig normalen gründen besuchen sollte da müsst ihr jetzt zu oder es sind verschiedene sachen auf eurer karte markiert ihr seht das auch allerdings müsst ihr soweit ich weiß nicht zu jedem von diesen dingern gehen wenn ich mich recht entsinne als erstes müsst ihr zum auktionshaus gehen zertifikat des auktionshauses das ding müsst ihr euch holen beziehungsweise einfach nur anklicken und das ist relativ einfach zu finden danach müsst ihr zu den koordinaten 74 57 das schauen wir mal kurz 74 57 bei den angeblichen transmog dudes allerdings habe ich die glaube ich in waldracken noch nie benutzt deswegen musste ich selber gerade erstmal nachschauen wo sich die dudes die guys wie auch immer befinden soll ich mich selber mal rein schauen okay hier sind sie und auch hier müsste jetzt irgendwo wieder was liegen was wir anklicken können genau da ist es die leeren lager quittung zack das ding nehmen wir an also jetzt müssen wir in einen offenen bereich und ein ja eine rechnung für gartensupply also geräte und so weiter holen oder finden 53 28 das sollte dann da hinten ungefähr sein also machen wir uns auf den weg dahin an tatsächlich diese woche ist relativ easy oder diesen tag ist relativ easy findet alles in waldracken statt das heißt ihr müsst nicht so wild durch die gegend flitzen so jetzt muss man nur schauen das nervt ein bisschen das immer zu finden hinter dem roten dud müsste es laut meinen aufzeichnungen sein ungefähr da ist es da hier auf der kiste garten vorräte quittung so damit haben wir das dazu müssen wir jetzt als nächstes zu den koordinaten 31 70 das ist auf dem handwerkermarkt 31 70 ungefähr dort okay ich habe es man sollte vielleicht auch mal hinter dieses ding gehen da seht ihr dann eine hastig geschriebene notiz die klicken wir an für die nächste notiz müssen wir hier in dieses häuschen gehen bei den koordinaten ungefähr 38 37 da liegt das zettelchen auch direkt schon hier rechts am tisch und jetzt müssen wir noch ein zettelchen finden und dazu müssen wir ins gasthaus zurück und da bei der statue uns verbeugen das hatte ich ja auch schon mal gezeigt damit kommen wir in dieses in anführungszeichen geheime gasthaus rein also hierzu der statue die ins target name slash bow eingeben bow dann kommt ihr hier ins gasthaus rein und dann müssen wir jetzt hier nun wieder suchen mit hilfe unseres götzen der unara götze von unara so rum der sagt uns in welche richtung wir müssen ok alright und da haben wir es notiz an krita ich habe jetzt tatsächlich eine zwischendurch vergessen gehabt beziehungsweise zu einem anderen zeitpunkt gemacht ist aber so wie es aussieht auch scheinbar scheiß egal da es einfach nur wichtig ist alle notizen angeklickt zu haben wenn das erledigt ist ploppt diese quest auf da müsst ihr dann wieder zu claudia huhu zurück die quest abgeben und fertig ist die laube falls ihr euch fragt ob diese eine merkwürdige kugel geskippt wurde laut einem blue post ist das wohl beabsichtigt so da wurde einfach nur was im achievement verdreht nun gut damit sind wir durch mit dem heutigen tag danke euch fürs zusehen bis zum nächsten video und reingehauen bis zum nächstenQilia bis zum nächstenQilia bis zum nächstenQ heaven bis jetzt bis zum nächstenK spotted bis zum nächstenQ zac Bis zum nächstenQual iens